So, und es geht weiter. Yay! Und direkt beim starten kommen uns die Dinger da schon entgegen. Hat das vor oder nachteile? Fragezeichen. Hat eh wahrscheinlich Nachteile. Ah gut. So, erstmal give me life. Was ist denn das für ein Bug? Lustig. Naja, so lustig ist es jetzt nicht. So. Money. Naja, hier sind keine Gegner, nur da. So, yeah. Autsch. So, jetzt kann ich auch live nochmal holen. Na, es werden eh nicht alle kaputt gemacht. Verdammt. Naja, war auch zu schön gewesen. Obwohl ich auch... Ah, wenn ich mal überlege, hätte ich es noch nicht mal auf Level 5, dann wäre die MG... Oh, das wird dauern. Na, ich glaube, es wird auch vorausgesetzt, dass man eine Waffe hochgelevelt hat. Also, man sollte eine Waffe hochgelevelt haben. Warum kommt aus so einem Röhrchen immer nur 95 raus? Da, 95. 95. Ah, jetzt wird es ja... Egal. Give me money. Also, money ist es ja nicht wirklich, sondern... Ah ja, ich muss ja noch meine hinstellen, weil... da kommen jetzt ja gleich so Ninja-Kämpfer. Hinter dir! Boah. Hier nochmal. Dam, 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 dam. Ah ja, so. Jetzt müssen wir den grad nochmal snipen. Bleib noch stehen, du Idiot. Kaputt. Also, so geht das viel einfacher, wenn mehr... Okay. Hat sich also doch gelöhnt. Ähm... Ja, egal. Ich geh jetzt erstmal hier hin und schau, wie ich hier hochkommen soll. Ah, die Plattform ist runtergefahren. Oh je, das heißt... nichts Gutes wahrscheinlich. Wahrscheinlich geh ich dann da drauf und dann hoch und dann direkt Gegner da. Ey, was ist das dann? Nein. Yay. Mach sie kalt, mach sie kalt. Ey, fahr hoch. Scheiß Plattform. Oh, das... federt ja fast alles ab. Ich brauch Life, Jungs. Boah, Alter. Hier sind viel zu viel von diesen Big-Gegnern. Also, die sind komischen da. Die ich nicht mag. Und ich möchte jetzt gerne nochmal Life irgendwo finden. Das wär äußerlich nett. Und... So. Erstmal ein paar Kisten runterdonnern. Aber hier sind nur so Muni-Kisten. Ja, Geld. Toll. Ja, Geld bringt mir auch was. Aber nicht so viel... Na doch, bringt's auch viel eigentlich. Boah, ich rede voll Schwachsinn grad. Okay, formulier ich's anders um. Ich hätte gerne mehr Life-Kisten auch. Weil... Life-Kisten sind schon praktisch. Ah, da ist ja eine. Das ist toll. Ich laber gerade. Irgendwie sau unnötiges Zeug fällt mir auf irgendwie. Ah... Ui. Give me money. Oder hab ich noch genug? Ne, äh, Muni. Nicht money. Ja, money kannst du mir auch geben. Ne, ich hab schon wieder 160.000. Hatte ich nicht gerade vorhin äh, 200.000. Habe ich mir was gekauft für 75.000. Wenn das so war, dann geht das hier ziemlich gut. Mit diesem Level. Ne, die Waffen werden ja auch immer teurer. Habe ich jetzt noch? Ah, ich mach einfach... Ah, ich krieg nichts. Verdammt. Egal. Da sind noch mehr Muni-Kisten und alle möglichen weiteren. So, die machen wir jetzt auch mal weg. Und kriegen noch mehr. Wow, das gefällt mir. Also, das ist ein gutes Level. Holen wir schon mal MG raus. Oh, nee. Das sieht gar nicht gut aus. Immer herein, die Herren. Wir haben sie schon erwartet. Das Gesindel ist da, Sir. Captain Quark. Sie haben etwas zugelegt seit dem letzten Mal. Ach ja? Courtney Gears schien das nichts auszumachen. Warum bin ich ja so froh, Janice? Fühlst du's? Mein Herz klopft wie wild in meiner Brust. Oh, das ist für mich das Beste am Tag. Ich werde das letzte Wort haben. Ich habe euch hergelockt, um euren Tod mitzuerleben. Das steht mir nicht. Oh, nee. Oh, nee. Lorenz? Das ist nicht lustig, Lorenz. Oh, Mann. Worauf wartest du noch? Das Schiff fliegt jeden Moment in die Luft. Ich glaube, ich habe was Wichtiges entdeckt. Ich kann es nicht hier lassen. Wir treffen uns gleich am Shuttle. Ja, red noch mehr unnötiges Zeug. Oh, Mann. Wir haben ein Zeitlimit und auch noch so Waffen, die schießen, oder wat? Das gibt's doch nicht. Noch schlimmer kann's ja gar nicht. Uah! Wie sollen wir denn da rüberkommen? Hallo? Geht das so? Bitte, bitte. Oh. Ich kann's schaffen. Ich kann das schaffen. Betonung auf, ich kann. Noch weiß nicht, wie viele Sekunden. Oh! Hat denn dann das alles für Gegner hier? Boah. Schnell, Ratchet! Boah. Komm schon, Quark. Schneller! Wir müssen jetzt los. Nicht ohne Quark. Er hätte auch gewartet. Nein. Glaub ich. Schön für ihn. Warte! Nein, wir wollen doch nicht sterben. Ach Gott. Ist Quark halt tot. Boah, was für eine geile Animation. Äh, jetzt haben wir den seine Basis zerstört, aber ihn selber noch nicht. Und ich glaub, das ist das Ziel vom Spiel. Ja. Da waren wir schon lange, nehmä. Ich, äh, wir alle sind froh, dass ihr gesund zurück seid. Hast du bemerkt, ob noch jemand anderes den Kreuzer verlassen hat? Eine Rettungskapsel oder ein Shuttle? Irgendwas? Tut mir leid, Ratchet. Wir haben alles über Funk verfolgt. Du hattest keine Wahl. Captain Quark starb als Held. Na dann. Mein ich mal haben wir bis frühmorgens im Fitnessstudio herum getollt. Der Untertitel ist voll asynchron. Captain Quark hatte so viele, äh, gute Eigenschaften. Wer erinnert sich nicht? Zum Beispiel? Oh, äh, tja, er war wirklich groß und, äh, hatte einen einzigartigen Geschmack und ein echt großes Kinn. Das sah aus wie irgendwie, naja, wie ein Hintern. Naja, jetzt hab ich aber auch genug geplappert. Das wär's, wenn er jetzt gleich nochmal auftaucht. Auf, blöd. Captain Quark mag fort sein. Doch sein unbeugsamer Heldenmut lebt in euch weiter. Das Q-Team wird unseren toten Käpt'n mit Stolz erfüllen. Weitermachen, Männer. Das war in der Post für Quark. Es ist der vierte Teil der Quark-Spielereihe. Hier, nehm es während seinem Sinn. Danke, L. Vielleicht gibt es uns einen Hinweis, was Nefarius als nächstes hat. Oh, ne. Jetzt muss ich das spielen. Wie viele Teile gibt's denn jetzt eigentlich? Ja, warte mal. Ah, ne, hier ist der Übungsraum, glaub ich. Oder war es doch nicht? Äh, ne, doch nicht. Der Übungsraum war, glaub ich, nochmal woanders. So. Rüstungsverkäufe aktivieren. Oh. Oh, ja, hey. 250.000. Auf Angriffe, ja. 77% Schaden abzuwehren. Oh, das ist gut, aber ich hab nicht genug Geld. Oh, hätte ich mir doch nicht das Flugsgewehr gekauft. So sinnvoll war's jetzt. Okay, das wäre schon lustig. Es war schon lustig. Ja, war's. Dum, 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 dum. Quark, Videospiel spielen. Oh, ne, da fehlen noch zwei Teile. Ich mag diese Videospiele nicht. Let. 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 Hat geladen. Episode 4. Täglich. Grüßt das. Deja Q. Nach dem Sieg über Dr. Nefarius auf Magmos, kehrte Quark in seine Wohnung in Metropolis zurück, um sich etwas auszuruhen. Oh, Lance, ich muss es dir jetzt sagen. Das Kind, es ist nicht von dir. Was? Wer? Wer ist der Vater? Oh, dein böser Zwillingsbruder, Engelbert. Aber Janice, ich bin Engelbert. Ah, das ist bestimmt meine Pizza. Guten Tag, Käpt'n Wampe. Ah, Helga, was machst du denn hier? Ich sorg dafür, dass du dich bewegst. Du bist aufgedonnt wie eine große Bratwurst. Hahaha, Zeit für ein Fitnessprogramm. Ah, na gut. Währenddessen, auf einem Dach hoch über den Straßen von Metropolis. Die Zeit für meine Rache ist gekommen. Geht nun, meine Robo-Diener. Nehmt die Stadt auseinander. Bringt mir den Kopf von Captain Quark. Hahaha. Oh. Naja, wenigstens eine schöne Map. Fail. Haha, das war gut. Ah, oh, die, achso, die fahren zurück. Oh. So ist das also. Gefällt mir nicht. I don't like it. Ui. Wow, das ist alles so viel zu schnell. Yay. Warum kann man das nicht verlangsamen? Oh, jetzt fallen die Dinger auch noch runter. Achso, soll ich das machen? Ja, stimmt. Äh, Mann. Fail. Achso, gut. Speicherpunkt. What the f- So, haupt's auch irgendwie durch. Uah. Alter. Das gibt's ja gar nicht. Nochmal. Uah. Oh, Mann. Das gibt's nicht. Echt nicht. Ah, toll. Ich mag es nicht. I don't like it. Nobody like it. Uah, das war Glück. Oh, warum? Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich kann das nicht. Die Steuerung ist viel zu empfindlich in diesem... ...Videogame. Nochmal. So. Und jetzt... Oh, nee. Speicherpunkt. Bitte. Uah. Na, wie dumm. Nochmal. Plupp. Nein. Oh, verdammt. Ich bin echt... Ja, gut. Speicherpunkt war da. Ich bin echt nicht dafür geschaffen. Für sowas. Ich komm da auf diesen Block irgendwie nie drauf. Geil. Jetzt war noch ein Hänger da. Nochmal warten. So, nochmal richtig jetzt. Hm, eine Leiter. Wie funktionieren diese Dinger noch? Oh, klar. Ich erinnere mich. Einfach nur nach oben oder nach unten bewegen. Dim, 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 dim. Ah, okay. What the... Was ist das für ein Ding? Ähm, nein. Gefällt mir nicht. Boah, macht meinen Bus doch nicht kaputt. Waaah. What the... Hört auf, meinen Bus kaputt zu machen. Ich weiß da nicht, für was ich den noch brauchen soll, aber... Waaah. Boah. Das war gut. Also, Glück im Unglück. Waffe. Nitrowerfer. Ach so. Boah, ich kann nur 10 insgesamt. Waaat, äh. Pfluck. Kann ich den zerstören? Ohne, dass er mich zerstört. Der hüpft so scheiße. Autsch. Wie soll ich denn da was machen? Mann. So. Ach so. Ist klar, ne? Pfluck. Oh, Mann. Na, tot. Toll. Und nochmal. Abo. Och, ne. Geht doch. Der ist kaputt und ich halb auch. Pfluck. Mann. Geh kaputt. Pfluck. Kein Game. Was Spaß macht. Ich brauch nochmal Mutti und bin jetzt schon wieder gleich tot. Ne, ich bin tot. Ach so. So. Mach ich weiter gleich im nächsten Part. Oh geil. Bis gleich. Weib. Wo.